Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. In den letzten Tagen ist sehr viel bei mir passiert und das war übrigens unheimlich. Und dennoch habe ich es geschafft heute hier zu sein und Fallout 4 endlich aufzunehmen. Ja, das war echt doof. Gut, ich habe das hierhin alles nachgespielt. Wir werden einmal ganz kurz zurücklaufen und schlafen und dann begeben wir uns halt nochmal zum Autokino, das irgendwo hier war, da hinten. Bevor wir dann, wo soll ich schlafen gehen? Was ist eigentlich das hier? Kann ich da auch schlafen? Oh, oh, ich höre es, ich höre es, ich höre es, ich höre es, ich höre es. Ich habe mich getroffen, oh mein Gott. Ich hasse diese kleinen Wichsviecher. Achso, stimmt. Oh nein, da ist ja noch mehr. Nein, ich wollte schlafen gehen. So, okay. Ich habe auf dem Weg hierher übrigens die Viecher gerade getötet. Ich habe sie zufällig getroffen und habe sie dann ausgeschaltet. Im Schleichen. Habt ihr nicht gesehen? Das war cool. Ich werde es nicht reinschneiden, nein, nur zu. Gut, äh, okay, ab hier ist schon Stehlen. Äh, gehen wir mal rein. Ich wollte noch Sachen verkaufen, ne? Kannst kaum erwarten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich. Ja, ja, ja. Wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Du hast Level 9 erreicht, Handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Von allem etwas. Okay, ich möchte erst mal Dinge verkaufen. Ich habe den gerade in einige Sachen abgezogen und die möchte ich jetzt loswerden. Ich will das hier mal loswerden. Dann den ganzen Kram, ähm, hatten die echt nicht mehr dabei? Ich schwöre, ich hätte den viel mehr abgezogen. Ja gut, da war wahrscheinlich noch Munition dabei. Äh, ich kriege 18 Kronkorps. Wow. Hat sich voll gelohnt, diese Leute zu töten. Für 18 Kronkorken. Naja. Gut, äh, sie hatte ja immer noch... General Chaos Rache, ey. Für 50% mehr Schaden gegen Roboter. Das wird später vielleicht ein guter. Oh, das ist so cool. Naja, hm. Ihr seid so, Freunde. Müssen wir abwarten. Gut. Ähm. Ich würde zachen. Wir wissen ja jetzt, äh, was da hinten abgeht. Wir werden da jetzt nicht nochmal drauf reinfallen. Deswegen gehen wir einfach immer hin. Ich habe jetzt wieder die Möglichkeit zu schneiden. Äh, Photoshop ist bei mir noch nicht installiert. Weswegen ihr noch nicht mit, äh... Stuntmails rechnen könnt. Das wird erst die Tage passieren. Das dauert aber jetzt nämlich ein bisschen länger. Nehme ein kleiner was los. Dann wollen wir mal... Ich glaube, solange ich noch husten habe, habe ich jetzt, äh, eine Einstellung eingestellt, dass ich mein Mikro muten kann. Ja. Ich bin in der Neuzeit angekommen. Falls ich mal was vergesse, rauszuschneiden, ist der Huster dann wenigstens nicht drin. Oh, Radaway ist schon mal sehr gut. So, den ganzen Müll mitnehmen. Vielleicht müssen wir auch schon wieder nach Hause laufen, weil wir zu viel Zeug haben. Ich weiß das nicht. Äh, ich weiß auch nicht, wie wir mit der Mine umgehen sollen, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte mich anschleichen und sie deaktivieren. Sie könnte aber auch sofort hochgehen. Sie ist riskant, Freunde. Sie ist riskant. Drecksviech. So. Wäschbauschläge haben wir kurz rausgeholt. Also langsam können wir schon zuschlagen. Es ist aber nur langsam. Abgeschlossen. Geilo. Und nicht mal ein Bettchen drin, um zu schlafen, ne? Wir müssten endlich eine Schlafmöglichkeit suchen. Weil es ist verdammt gefährlich, hier rumzulaufen. Ich weiß auch nicht, ob hier Gule sind. Wir gehen zuerst mal da rein und trufen, dass da irgendwo... Äh, ein Bett ist. Naja, es wird langsam dunkel und das Ding macht Schaden. Spiel ich noch im... Okay, überleben? Ja. Hm. Ich soll sagen, dass die gewann hittet werden alle. Okay, der nicht. Na, komm. Ich will sie langsam zuschlagen können. Deswegen muss ich das trainieren. Äh, ein Schild an der Maulungsratte. Die werden wir uns aber so holen. Meint ihr, ich treffe? Ich sehe Bramine. Ups. Aufstehen war ja anders. Ah, ich habe ja noch ein Level-Up. Stimmt. Komm her, Mann. So. Die sind auf jeden Fall hinüber. Okay. Gucken wir mal nach einer Schlafmöglichkeit. Das wäre echt... Ja, okay. Vom See fernhalten. Fluss oder was auch immer das darstellen soll. Ich sehe eine Kronkukenbide. Die ist scharf anscheinend. Okay. Habe ich mir fast schon gedacht. Ich würde jetzt ungehend sterben. Deswegen muss ich aufpassen. So, Radium. Kurz aus. Hey, ich sag da Radios. Hä? Okay, jetzt kommt der schwere Teil. Wir müssen nach oben. Irgendwelche Minen hier oder so? Ich bin jetzt übervorsichtig. Es kann alles hier schön nach hinten losgehen. Wenn hier eine Sache explodiert. Hm. Ein Bett, ein Bett, ein Bett, ein Bett schlafen. Haha. Okay. Ich bin sicher. Schmutziges Wasser. Nehme ich alles mit. Das auch. Das auch. So, Level Up spare ich mir übrigens auf. Weil das... Der Level Up würde uns noch Leben geben. Wir müssten hier echt alles nutzen. So. Es wird dunkler und unsere Waffe wird jetzt wahrscheinlich sehr, sehr stark sein. Das freut mich. Ah ja, ich hab ja noch gar nicht erzählt, was alles so passiert ist. Ja, äh... Ich hatte zuerst Probleme mit meiner SSD. Und daraufhin hatte ich irgendwie schon Probleme aufzunehmen. Das war, glaub ich, vorletzte Woche schon. Ähm... Dann wurde ich krank, als ich Reggys Geschenk organisiert habe. Weil's scheiße kalt war an dem Tag. Und... So, dann konnte ich erst mal dich aufnehmen. Und Momento. Okay. Ah, das... Ah, ich seh sie. Ich glaub, ich hab sie gesehen. Und... Äh... Dann, äh... Gestern so, als ich dann wieder gesund war, hab ich erst mal Kingdom Come Deliverance aufgenommen. Und gleichzeitig noch Seven Days to Die. Hab beides hochgeladen, kurz ne Pause gemacht. Und, äh... Als alles hochgeladen war, ist plötzlich mein SSD abgeschmiert. Und da war Windows drauf. Und ich konnte das halt nicht mehr nutzen. Ich hab doch irgendwo ne Mine. Naja. Jetzt hab ich erst mal alles rekontriert. Musste hier die Mods alles installieren. Und hast du nicht gesehen. Und, ach Gott. Ja. Wo ist das? Hä? Okay. Seltsam. Die Mine ist weg. Und jetzt ist alles so langsam auf dem Weg. Halt wieder in den Normalstatus. Das einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist Photoshop. Ich muss Starbound noch, äh... Ja, Starbound ist installiert. Die Mods fehlen allerdings noch. Und das ist der heikle Punkt. Wenn da irgendwas schief geht, ist der Speicherstand kaputt oder weg. Und ich hoffe, es passiert nicht. War da grad ein Schlüssel? Verdammt, ich hab nicht drauf geachtet. Hä? Hä? Okay, ich werd hier auf jeden Fall durchschleichen. Ich weiß nämlich nicht, wo die Mine ist. Und... Ähm... Ja. Wenn ich hier durchlaufen, könnte sein, dass sie einfach explodiert. Und das will ich nicht. Deswegen schleiche ich lieber. So, wir wissen, dass hinten noch irgendwas ist, ne? Okay, kommt's einfach von da. Wieso nicht? Wo ist denn die Mine, sagt man? Psycho? Ja, weiter geh ich nicht, ne? Ich... Ich weigere mich. Okay, next up ist... Sie... Dementsprechend, äh... Diamond City. Wenn wir's eines Tages dahin schaffen. Ich weiß es nicht, das, äh... Ist ja mal so... Schwer abzuwägen, ob wir's schaffen oder nicht. Gerade in dem Spielbonus. Okay, ich hatte gerade seltsame Audio-Sachen. Warte. Hm. Oder hab ich da ne Rückkopplung, wenn sie läuft. Ich weiß es nicht. Ich hab was seltsames gesehen. Okay. Äh... Wir wissen, dass es da drin auch nicht so cool ist. Bei solchen Punkten hätte ich gerne vorher irgendwie ein Save-Point, wo ich abspeichern kann. Bevor ich irgendwo in die Metro reingehe oder so. Lexington. Ja, jetzt haben wir's aber schon entdeckt. Jetzt müssen wir da auch rein. Schauen wir uns erstmal hier in der Gegend um. Ich mein, rein theoretisch sind wir jetzt nicht so weit entfernt von unserem Zuhause. Wir könnten theoretisch jederzeit noch zurücklaufen. Ich hab Angst, dass wir hier irgendwelche Käfern begegnen. Ich mein, Gule, gar kein Problem. Die zerquetsche ich einfach. War Käfer, Freunde. Käfer sind die Pest. Okay. Sowjet-Munition. Da wurden übrigens ein, zwei neue Mods installiert. Das eine ist, dass hier seltsame Sachen im Ödland passieren sollen. Das heißt, wie damals bei Fallout 3 halt dieses, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der Perk hieß. Ihr kennt den Perk. Jeder, der Fallout kennt, kennt auch den Perk. Äh, den ich meine. Ich weiß jetzt nicht, wer er heißt. Und zudem liegen hier überall Aliens verstreut. Äh, die Munition für die Alien-Gun bieten. Einfach nur, dass sie nicht komplett nutzlos ist, die Gun. Ja, gut. Gehen wir rein, oder was? Ich hoffe, dass ich da drin schlafen kann. Immer am Angesicht des Todes. Alter Hund! Mach doch mal Platz. Kochplatte. Oh, da habe ich was gefunden, was ich suche. Okay, perfekt. Kaffeetassen werde ich jetzt nicht mit Demo. Süßkuchen. Süßkuchen. Haben wir noch irgendwas? Kuchen vor dem Kochplatte. Ah, noch eine Kochplatte. Nice. Blechdosen nehme ich auch immer mit. Und nur Cola. Oh, ja, 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 ja. Okay, äh, nach unten will ich noch nicht. Ich will erst nach oben. Äh, irgendwo hier in der Nähe war noch eine Todeskralle, die einfach mal irgendwo raus springt und dann Hallo sagt und dich tötet. Gut, da müssen wir noch drauf aufpassen. Frage ist, kommen wir da hoch und bringt es uns irgendwas, da oben zu sein? Ich glaube nicht, ne? Weil ich suche derzeit eigentlich noch ein Bett. So ein Bett wäre ich jetzt, äh, richtig cool. Slockam Joe's Keller. Bei mir grauelt es ein bisschen davor, da reinzugehen, aber gut. Ich hasse es, wenn ich eine lange Zeit nicht gespeichert habe. Und dann irgendwo reingehe. Ja, gut, ne lange Zeit. Wir haben es vor 10 Minuten gespeichert, aber es ist trotzdem schon ne lange Zeit. Scheint niemand hier zu sein. Absterkoputzmittel nehmen wir natürlich immer mit. Metall-Eimer ist auch gut. Kuchenform. Schüssel. Leider kein Bett, ey, verdammt. Hätte mir so sehr ein Bett gewünscht. Weißt du, äh, damals, als ich Fallout 4 normal gespielt habe, äh, weiß nicht, habe ich lauter Betten gesehen. Da habe ich auch nie drauf geachtet, ob ich welche brauche oder nicht. Ich habe einfach startet und dann gespeichert. Äh, aber das kannst du ja hier knicken. Posten, by go. Ah, Haarkklammer. Nice. Danke, Digga. Danke. War mal wieder nötig, so eine Haarkklammer. Okay, gut. Hier haben wir ja sonst nichts weiter, ne? Seltsam. Also man sieht auf jeden Fall, äh, in diesem Spielmodus viel mehr, als man, äh, früher gesehen hat. Weil früher, ja, da hast du nicht so akribisch gesucht, muss ich sagen. Na, das ist echt cool. Ui, 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 ui. Ja, leider kein Bett. Bevor ich in die Kanalisation gehe, möchte ich gerne auf jeden Fall irgendwie ein Bett finden. Ich möchte da jetzt nicht reingehen zu den ganzen Ghulen und dann Hallo sagen und dann sterben. Nee, nee, nee. Nicht mit mir! Super duper, Mart. Oh mein Gott. Ist ja noch schlimmer. Geh mir Kuchen. Ja, genau den. Oh. Na gut, nicht. Ich bezweifle, dass ich da drin ein Bett finde. Komm, bevor ich die Action will, will ich erstmal schlafen. Okay, da oben steht jemand. Was war das für ein Geräusch? War das hier das, das Ödlandding ins Kichens? Oder ist hier irgendwo ein Alien am Start? Sicherlich gesagt, nichts Werkwürdiges. Außer, dass da oben jemand stand. Weiß nicht, ob er jetzt weg ist? Sollte das gruselig sein? Ja, ist weg. Ach Gott, Leute. Ich hab Angst. Ich will da nicht hingehen. Der hat eine Powerrüstung. Da steht er immer noch. Okay, da hinten ist auf jeden Fall ein wilder Ghoul. Der Super dupermarkt und das Zeichen, dass da Loot ist. Wir laufen hier erstmal durch die Querstraßen. Ich hab Angst. Psycho-Raider. Scheiße, Mann. Ah, hier sind überall Leute. Was soll ich machen? Kann ich ja nicht direkt in den Super dupermarkt reingehen, ey. Oh nein, ich weiß, wo ich bin. Fuck. Da ist nichts mehr. Scheiße, Mann. Ich bin voll in der Falle. Oh Gott. Ich hab noch drei Munition. Raider abschauen. Ja, boah, 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 klar. Klar, mit dem lege ich mich auf jeden Fall jetzt an. Das ist genau meine Attention. Oh, Gottes Willen. Den Code kann ich nicht knacken. Ah, scheiße. Wie soll ich mir jetzt ein Stimt reingezogen? Oh nein. Oh Gott, hier haben wir nochmal zwei. Alles gut. Oh, Raider. Danke für das Stimt. Nicht den Scheißernst, Ghoul, ey. Oh nein, ich hab mir verfehlt. Oh mein Gott. Kacke. Doch da draußen ist wer. Das haben wir, die leben aber nicht mit den Ghoulen zusammen, oder? Ich geh mal wieder in den Griff. Okay, das war doch ihr Räder abschauen. Der ist ja auch irgendwo dann hier. Ihr müsst doch hier irgendwo ein Bett haben, oder so. Die ganze Aufregung wiegt nichts. Wer? Hey. Scheiße, Mann, ey. Scheiße. Das Problem ist auch wohl, dass hier... Scheiße. Das sieht nach einem Hinterhalt aus. Wie können Sie inzwischen alles noch schütten? Auch Gegner in der Nähe sind. Wo wir Gegner in der Nähe sind, kann ich wahrscheinlich nicht schlafen. Das wird nicht lang dauern. Das wird ein letzter Kampf, Kumpel. Das wird doch gar nicht gewunden. Oder reden Sie jetzt mit jemand anderem? Was haben wir hier? Eine Rüstungswerkbank. Lass dich verpissen, Ars! Taschenleder. Aber ich kann die doch gar nicht auseinanderbauen. Du bist sowas von tot. Oder? Um, um... Ich kann... Ah, verwerten. Ah, ich kann die Probleme finden, wenn ich trinke. What the fuck? Was hast du denn da gemacht? Hund? Wie bist du... Ah, ist mir auch scheißegal. Ganz ehrlich. Ah, man kann Sachen verwerten. Das wusste ich jetzt überhaupt gar nicht. Okay, gut. Das heißt, wenn wir Radarsachen finden, können wir sie verwerten. Nichtsdestotrotz, äh... Müssen wir hier erstmal weg. Schiss auf den Hund. Stimmt, da oben. Da oben ging das ab. Da war damals auch, äh, ein legendärer. Ich erinnere mich. Da komme ich nicht einfach so rein, oder? Nee, ich kann darauf nicht laufen. Alter, erschreckt mich doch nicht so. Okay, so kriegen wir eventuell den Radar abschaum schon mal. Aber ohne Bett. Ich bin hier komplett auf mich alleine gelassen. Ich hab nicht mal ein Bett und da geht's zu den Radarn. Ich glaube, da ist ein Auto explodiert. Ich hoffe, der Typ ist dabei draufgegangen. Oh Gott, er ist auf dem Weg hierher. Er ist auf dem Weg runtergelaufen, nur für mich. Ist mir zu sehen von Ihnen. Okay, die Frage ist, wo gehen wir hin? Wo sind wir ansatzweise in Sicherheit? Oder wo können wir schlafen? Mir würde ein Bett reichen, dann würde ich wie Rambo reinlaufen. Okay, ich glaube, ich habe das Auto getroffen. In der Hoffnung, dass da irgendwas ist, dass ich da schlafen kann. Wissen sie ja nur wegsnipern, ha? Na gut. Okay, mindestens zwei Leute. Oh, schön ins Bein, ja. Ja, ich war erst voll verwirrt, ey. Scheiß Ladehemmung, ey. Dreht mal nicht durch. Okay, einer weniger. Oh, ein Headshot gelandet. Nice. Okay, aber... Da wird höchstwahrscheinlich noch einer sein. Ich habe noch den nicht... Okay, davon müssen wir jetzt erstmal fernhalten, bis er explodiert. Habe ich gerade Angst bekommen? Ich dachte, ich bin tot. Wie viel wiegen wir? Okay, wir können nicht mehr viel tragen. Aber wir haben ein Level ab. Soll ich das jetzt nutzen? Ich weiß ja nicht. Soll ich mein Level ab jetzt nutzen? Nein! Wee! Okay, aber was ist das? Bitte, Freunde. Was geht hier ab? So gut geschätzt. Kann ich meine Hacker-Skills verbessern? Ich muss da irgendwie reingehen, ey. Wie viel Intelligenz habe ich? Drei. Das bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Waffenfreak, Arzt. Ja, wo ist Hacking? War Hacking nicht bei Intelligenz? Achso, Hacker da. Dein Wissen über moderne Computerverschlüsselung ermöglich ist dir fortgeschritten. Ach, Gott. Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Wir haben so viel zu tun. Es wäre eigentlich schon mal... Es gibt halt mehr Männer als Frauen. Ist halt so. Es wäre logisch, den zu machen. Munition finde ich es auch nicht schlecht. Ja, kritische Treffer will ich jetzt nicht unbedingt machen. Komm, ich will ja Nahkampf machen. Ziehen wir es durch. Ach, Levelops geben mir gar kein Leben mehr. Cool. Gut zu wissen. Ich werde aber trotzdem gerne schlafen gehen. Ich weiß nicht, ob da noch jemand hockt. Sehen tue ich auf jeden Fall so kein mehr. Was war das? Dosen. Okay, ich mache mal kurz ein Geräusch. Okay, jemand ist hier. Ich weiß nicht wer. Aber ich weiß, dass hier jemand ist. Einfach nur, ich habe halt extra mit den Dosen geraschelt. Denn wenn jemand das hört. Dann wird er in dem Meer sein. Kann das sein, dass ein Geschützturm sie gehört hat? Ist das eine Possibility? Fluchtwege offen halten. Ich habe auf jeden Fall eine Maschine. Ich sehe sie auch. Okay. Keine Schlafmöglichkeit, Experte. Hey, komm. Speiseöl. Ja, ich kann leider nicht viel mitnehmen. Ich hätte ja gerne noch irgendwie andere Sachen mitgenommen. Aber. Das Problem ist einfach, dass ich überladen bin. Sonst hätte ich die Sachen natürlich auseinander gebaut. Dann hätte ich mir da Taschen reingebaut. Schlagring, Hunting Rifle. Mit Taschen. Nice. Frage ist, ob ich nicht, äh. Ob das nicht mein legendäres wäre. Kleidung. Linke Arm. Ah, sauber. Ich kann ein bisschen mehr tragen. Äh, aber nur ein bisschen was. Ja, ich könnte kochen. Super. Geil. Ich muss die Maschine unten loswerden. Die kann mir nämlich noch richtig gute Sachen geben. Ich kann sie von hier aus treffen sogar. Zieh mal, ey, da guck. Okay, ich bin überladen. Äh, ja, was machen wir? Die Frage ist, was machen wir? Sauberes Kleid, Sommerkleidung, keine Ahnung, was da ganze Scheiße ist. Blunde mit Hose. Das behalte ich mal zum auseinandernehmen. Äh, was haben wir noch dabei? Eine Kronkorkmine. Impro-Repetiergewehr. Kann ich noch gebrauchen, ne? So, 20 Schaden. 20 Schaden. Was ist der Unterschied zwischen euch beiden? Feuerrate, Reichweite, Minusgewicht. Oh, geil. Ups. Ähm, dann kommst du auf meine Favoriten. Und dann kommst du weg. Sehr schön. Neue Waffen, neues Glück. Und wir haben ein bisschen Platz geschaffen. Wir haben neue Taschen. Doch noch kein Bett gefunden. Wir gehen mal Richtung Licht. Wenn ich jetzt sterbe, ey. Das wäre so großartig. Mystic Pints. Ich suche nur ein Bett. Pokerchips. Ich weiß nicht, ob das Schrott ist oder so. Aber ich nehme die gerne mit. Kann man noch gut zu Hause verteilen, ne? Ich bin mir zu hundertprozentig sicher, dass wir hier irgendwo ein Bett finden. Ich werde zu lange einfach nichts anfassen. Ist das so eine Art Erholungsresort oder so? Die Tür sieht gefährlich aus. Ah. Okay. Ist das wegen dem Affen gewesen? Ich glaube schon. Ups. Was haben wir hier? Jet Postcard Los Angeles? Ja. Okay. Warum nicht? Das geht auch gleich ein, nochmal zu schlafen. Wir können auch direkt mal ein paar Stunden mehr schlafen. Um die Müdigkeit loszuwerden. Aber jetzt fühle ich mich gut. Wir sind in der Stadt. Gehört. Wir sind natürlich ein bisschen überladen. Wegen Munition und so weiter. Du fühlst dich krank. Infektion. Cool. Wir müssten eigentlich Richtung Diamond City weitergehen, ne? Allein wegen Arzt und so. Ach Gott. Aber wir haben zwei Stellen entdeckt. Wo wir rein müssen. Das ist ja eine, ne? Oder war das zwei? Ne, eine. Eine. Und zwar war das hier irgendwo... Guck mal, da hängt jemand. Ein Basketballkorb. Mit dir. Was steht denn hier da? Spiel da rein. Endstation. Ihr trefft mich doch sowieso nicht. Wie viel trage ich? Oh Gott. Eine Spielzeugprakete. Impro Revolver Pistole. Ach, die ist stärker. Nehme ich mit. Dafür müssen wir irgendwas ablegen. Was habe ich denn so schweres dabei? Ach Gott. Gewicht 1,6 ist auch nicht so ein Verbringer, ne? Ja, natürlich viel, viel, viel Schrott dabei. Was ist denn vom Gewicht her eins der heftigsten Dinge? Benzinkanister, Stahl und Öl. Okay. Sieht jetzt nicht so wichtig aus. Ich brauche richtig. Will ich irgendwo hinsetzen? Oh, das ist wichtig. Leere Milchflasche. Kann alles weg. Gummi, Stahl, Asbest, Knochen. 0,5 wiegt ja gar nichts hier. Was haben wir hier? Stahl, Metalleimer. Stahl finde ich schon wichtig. Der Stahl, der Scheidkreis ist sehr, sehr wichtig. Holz und Stahl. Irgendwas, was richtig viel wiegt. Schrauben sind auch wichtig. Feder. Jo, cool. Ja, du kannst noch weg. Okay, ihr wollt als nächstes Stress haben. Den könnt ihr haben. Euren Boss habe ich auch fast schon erledigt. Wer zur Hölle schießt da überhaupt? Okay, Freunde, die wollen Stress mit mir haben. Den können sie haben. Wollen wir, auf was haben die geschossen? Die dauern offensichtlich nicht auf mich. Okay, Viren nehmen. Lasermuskette macht auch ordentlich Schaden, ne? Du verbrauchst 45er, ne? Okay, gut. Wir haben hier zwei Sachen, die 308er verbrauchen. Also im Endeffekt, einen davon brauchen wir nicht. Das bist du. Oh, 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 scheiße. Okay. Wir haben hier echt ein Problem. Was zum Teufel war das? Ich nicht? Komm schon her, du Wichser! Wieso seid ihr alle so angeschlagen? Das ist doch scheiße. Halt mal. Warum müssen Sie sich immer wehren? Scheiße, was war das? Scheiße. Ich bin irgendwie umzingelt, ne? Mach's los, Jungs, da ist nichts. Was ist alles hier passiert? Golduhr. Eine Maschinenpistole verbraucht aber für den 40er. Die brauchen wir ganz dringend. Ich werde niemals Geld zusammenbekommen, wenn wir immer überladen sind. Das ist der Haken halt auch am Überlebensmodus, dass Munition auch wiegt. Du bist stark die Vitrine. Gibt es mal irgendwas, wo ich keinen Schaden bekomme? Ist das irgendwie möglich? Suppe, Getränk. Ich krieg kein aufbereitetes Wasser hin, ne? Habe ich aufbereitetes Wasser noch dabei? Bitte sag ja. Ich habe kein Wasser dabei, ey. Wieso habe ich das nicht mitgenommen? Oh nein. Ah, ich habe schmutziges Wasser, habe ich glaube ich dabei, ja. Schmutziges Wasser füllt mein HP auf. Hm? Nett. Ah, ich bin aber immer noch stark die Vitrine. Also ich muss auf jeden Fall aus der Suppe hier trinken. Es gefällt mir nicht voll, weil da eine Leiche drin ist. Oh, naja. Hatte diese Radioaktivität. Und da soll ich draus trinken? Geht das überhaupt? Nein. Na gut, essen wir erstmal was. Müssen wir gucken, wie wir das mit der, mit dem Durst regeln. Oh man. Also gut, ich will essen. Kartoffelschips, Leguan am Spieß, Maulwurfsratten, Zeugs, Gedöns, Fleisch und Bohnen, so. Vielleicht ein bisschen viel gegessen, ich weiß. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt noch durstig. Nuka Cola, würden wir höchstwahrscheinlich keinen Durst stillen, oder? Äh, Ausdauer maximal erwähnen. Koffein halte ich ja, Schaden. Schlammbohne. Ich stehe doch nicht, als würde mir irgendwo etwas, äh, meinen Durst stillen. Steht einfach nirgends vor dran. Na gut, wir haben jetzt nur noch Durst, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Irgendwo werden wir Wasser finden. Schau, dass man Nuka Cola nicht trinken kann. Beziehungsweise man kann es schon trinken, aber es löscht nicht den Durst. Ach, du bist es wieder. Öffnet das Feuer! Wo, 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 wo was? Gut, Freunde, ich habe beschlossen, nach Hause zu laufen, Allerdings... Hi! Das Auto-Kidu gehört jetzt mir? Wie cool! Ich würde sagen, ich baue hier alles aus und dann laut, dann sehen wir uns gleich wieder. Erstmal heile ich mich natürlich. Hallo? Pip-Boy? Oh Gott, ich werde sterben. Ich kann mal nicht in mein Pip-Boy rein. Aber ich habe gemerkt, ich habe die Mod für die Map nicht drin. Die werde ich noch mal raussuchen müssen. Hilfsmittel Antidiotika, so. Gut, jetzt baue ich mal hier alles auseinander und dann, ja. So, bevor ich hier weiter auseinanderbaue, folgendes. Ressourcen. Dann haben wir jetzt direkt neben der Stadt ein Safepoint. Oh, ist das gut. Oh, Ressourcen. Äh, Wasser. So. Trinken wir uns erstmal satt. Oh, das ist es. Besser gesagt. Oh, ist das gut. Oh. Wow. Ich wusste gar nicht, dass wir hier bauen können. Das ist cool. Dann werde ich gucken, ob ich hier gleich irgendwie so eine Antenne aufbauen kann, um die Ressourcen rüber zu schicken, die wir gefunden haben. Dann können wir hier erstmal alles abladen. Klingt doch nach einem Plan, oder? So. So, Freunde. Ich habe hier fertig. Ich habe hier alles weggeräumt, was da nicht hingehört. Wir werden jetzt auf jeden Fall einmal kurz ein Transfer ausführen und, äh, auf jeden Fall uns ein bisschen erleichtern. Wir haben auch eine Menge Munition dabei, die wir nicht brauchen. Mal gucken, was wir brauchen. Grundgucken wieder würde ich tatsächlich gerne als Ersatz behalten. Gewicht 0,5 ist jetzt nicht so wichtig. Ähm... Wir haben eine 10 Millimeter. Mit 10 Millimeter Munition, klar. Strohpatron 308. Ach, wir haben zwei 308er, ne? Sollten wir uns entscheiden. So. Gut, wir brauchen Zellen 308. Was ist mit der 45er? Weißt du das, weil ich gestorben bin? Egal. Gut, wir wissen, dass wir 45er auf jeden Fall auch behalten. So. Äh, war 38er dabei? Schon jetzt Desiro vergessen. So. 10 Schrot 308. Okay. So. 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 Ja, viel Munition haben wir auf jeden Fall nicht. Weißt du, wir haben so viel Munition von den ganzen anderen Kram. Aber der Rest... Was haben wir denn am meisten? Äh... Wir haben überhaupt sehr, 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 sehr wenig Munition. Jedenfalls hier. Drüben haben wir wahrscheinlich um einiges mehr. Naja. Gut. Nichtsdestotrotz, ähm... Ich würde gerne Folgendes machen an dieser Stelle. Äh... Ich weiß nicht, wie es funktionieren wird. Ob es funktionieren wird. Ich würde hier gerne mit Holz arbeiten. Weil dann haben wir wenigstens etwas, was wir machen können. So. Und zwar würde ich das sehr gerne irgendwie hier so einreihen und dann... ...halt weiterbauen. Gut, äh... Ich würde sagen, wir platzieren einfach ein Holz und dann gucken wir, wie es aussieht. So. Äh... Ich habe die Radioaktivität selbstverständlich entfernt. Das heißt, wir können hier einfach rüber gehen. Wir könnten hier auch quasi... Ja, einen kleinen See übrig lassen zum Angeln. Ja. Machen wir hier so einen kleinen Angelsteg, ne? Ich glaube, das ist ganz cool. Ich meine... Man kann nicht angeln. Das ist mir durchaus bewusst, Freunde. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Dass wir so einen kleinen, ja... So einen kleinen See hier haben. Ich würde nämlich den Rest hier gerne, äh... So gerade ausbauen, wie es hier halt ist, ne? Seht, jetzt können wir sogar hier hinein bauen. Perfekt. Geilo. So... Gefällt mir das. Oh, da kann ich schon nicht mehr ran bauen, ne? Und schon ist das Kacke. Aber an sich... Ach komm. Finde ich das doch ganz cool. So, lassen wir da halt so ein kleines Ding frei. Ich meine... Wayne. Halt, da war doch grad was. Ha! Hast du geschafft. Doch nicht Wayne. Hat alles super funktioniert. Oh. Gleiche vergessen. Und wir haben kein Holz mehr. Gut. Ähm... Nichtsdestotrotz finde ich schon mal ganz cool, dass wir hier eine gerade Ebene haben. So habe ich mir das gewünscht. Da können wir wahrscheinlich auch noch einen hinsetzen, dass wir da irgendwie noch ein bisschen gerade haben. Ähm... Und ich möchte gerne versuchen... Ähm... Hier... Äh... Ich werde jetzt googeln. Und zwar nach Fallout 4 Kristall. Wo... 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 Kann man in Fallout 4 Kristall finden und aus welchem Schrott lassen sich die Edelsteine herstellen? Wenn du dich gerade mit den Hightech Mods und Waffenmods und Fallout 4 beschäftigst und einige davon craften willst, dann wirst du unter den einen oder anderen Zutaten mit Sicherheit auch die Kristalle gesehen haben. Die Kristalle werden für nahezu alle Geräte mit einem Laser benötigt und dazu gehören unter anderem die Laserschranken, aber auch die Laserwaffen und Türme. Äh... Da es sich bei dem Kristall in Fallout 4 um ein seltenes Material handelt... Kann halt nicht so lange wieder in Fallout 4 rein. Ähm... Findest du, äh... in einem kurzen Guide, äh... mit den Fundorten. Okay. Fallout 4 Kristalle herstellen. Leider lassen sich Kristalle nur schwer finden. Stattdessen kann man die Edelsteine auch problemlos aus dem zahlreichen Schrott zerlegen und verwerten. Dazu solltest du vor allem Gegenstände wie Kameras und Mikroskope zerlegen. Je nachdem um welche Kameras es sich handelt, kannst du aus einer verschrotteten Kamera insgesamt 4 Kristalle bekommen. Okay. Kamera... Pro-Snap-Kamera, Mikroskop, Liquid-Karaffen und Lupen. Okay. Ach du Scheiße, ey. Ich dreh durch. Na gut. Ähm... Wir brauchen Kristalle. Wir müssen in jeder Siedlung so ein Scheiß Ding aufbauen, aber ohne Kristalle wird das nichts. Das ist der Scheiß an der ganzen Nummer. Ja. Und ich glaub diesen Busch möchte ich auch noch entfernt haben. Ach... Kristalle. Na gut. Dann lass uns mal das Commonwealth nach Kristallen durchsuchen. Ob wir hier irgendwas erreichen können. Gut. Zum Schluss, äh... Möchte ich gerne hier nochmal irgendwie... Ja... Mein Bett aufstellen wie immer, ne? Mein schönes... Zack. Und dann schlafen wir eine Stunde. Gut. Ab ins Commonwealth suchen wir Kristalle. Mir geht's ehrlich ganz gut. Ich hab noch ein bisschen Hunger. Wir sollten von daher erst mal essen, bevor wir losziehen. Vielleicht schon wohnen... So... Okay, mir geht's ganz gut. Außer, dass ich ziemlich verstrahlt bin. Ähm... Right away. Right away. Right away. So... Okay, durstig bin ich nicht. Mach nämlich nur müde. Okay. Alles gut. Gut. So, Freunde. Wir haben geschlafen. Wir haben gegessen. Leider nach dem Schlafen. Aber egal. Es kann doch nicht so schwer sein, Kameras zu finden, oder? Haben wir hier irgendwas Tolles? Ach, stimmt. Sorry. Vergessen. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir irgendwas brauchbares. Ich mein, Dogweed können wir jetzt nicht abholen. Der ist auch mir ein bisschen zu weit weg. Um da extra hinzulatschen. Aber naja. Wir können mal hier reinschauen. Das sieht doch vielversprechend aus. Hallo? Okay, du bist nicht legendär. Du interessierst mich nicht. Verzieh dich. Ich mein, ich könnte das Fleisch gut gebrauchen, aber... So wild ist das nicht. Uh! Ein Ghoul! Irgend Licht. Wo ist er hin? Wieso ist hier ein Suchscheinwerfer? Noch ernsthaft? Da wirst du ja hin. Ah, ja. Schön kritisch. Na, komm her. Ups. Ich vergiss jedes Mal, dass das nicht aufstehen ist. Können wir, du kleiner Schmorazza? Oh Gott, ich will nicht stimmen. Ich habe mich zu viel getraut. Ja gut, Freunde, aber ich glaube, unsere Zeit ist eh um. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir mal ein paar Kristalle zu finden und diese Siedlung auf Vordermann zu bringen. Das wird unsere zweite Siedlung, unsere zweite Hauptstadt quasi. Also wir machen Städte und Dörfer und in den Städten wird natürlich ein bisschen mehr los sein als in den Dörfern. Und das hier wird definitiv eine Stadt, die dann mit Sanctuary zusammenarbeitet. Was ich natürlich kacke finde, ist, dass ich konnte hier zwar ein Teil rausnehmen, aber ich konnte den Rest nicht rausnehmen und das ist eh... Ein wenig störend. Ne, mal gucken. Vielleicht will ich noch eine andere Mott, die das besser hinkriegt. Schauen wir mal, ne? Freunde, hol rein. Euer Zero Suisse.